da muss nur drei Prozent ja in die hier benötigt meine Fähigkeiten wenn jetzt Schrott geht dann hab ich ja kaputt ne nein nicht ach das ist auch meiner ich bin kaputt und fliegt weg oh nein ein und die Turo das hier ich bin mal an ja aber das ich mache hier und jetzt wir greifen jetzt an der ich bin ich bin ich bin ich bin ja st ich bin wenn ich bin und den die Wo sind die Handlung unternehmt? Sie sind im kritischen Bereich. Wo? Schieb sie ab! Schilde fast auf uns! Sie gehen in den Angriff! Gefechtsbereit! Angriffsposition! Verstärken Angriff! Höre, ich werde getroffen! Was will die machen so? Wir sind unterwegs! Und? Ah, der andere ist hin. Ich habe ihn... Achtet auf feindliche Schiffe! Einheit wird produziert. Unsere Schilde sind ausgefallen. Bomba-Geschwader hier! Ich melde mich wie bevor! Sieht nicht so gut aus für uns. Verdammte Mistkerne! Wir werden als Fehler passen! Geschwader! Vorwärm! Keine Chance Achtung! Oh, Mann Schuss! Verzögere Feuer für maximale Wirkung! Fangstrahl deaktiviert! Verliere die Kontrolle! Ich kann nicht die Position wechseln! Raumstation beschädigt! Sie haben unsere Ionenkanonen zerstört! Bei diesemשוב! Also, ilk Mal seraien... celebsята mit vielen pledunden! Ja! Und Phil noch Point실 kommt auf der Straße. Ein реальноer. Gerät Hundreds... Echt! Pfl overlooked. Ich bin auf99, Daher willst du ihn wie aufhummieren... oder soons tahu, so macht es jetzt schon wieder bei dir auch um mit daran liegen dass ich aufnehmen gut, falls der Fall jetzt wirklich eintreten sollte, dass wir es schaffen ich weiß nicht, wollen wir noch einen Raum gefecht machen oder mit dem Boden anfangen mir ist das egal gut, dann sag ich einfach mal so, wir werden es probieren ich werde soweit mal so einfach die Führersagen werden es nicht schaffen das sind die Raumstation die ist weiter oben, die ist direkt gegenüber von uns ich müsste sie theoretisch nicht sein ich müsste sie theoretisch nicht sein super Information erwarte befehlen dann los los weiter hier entlang da drüben was fliehen wir jetzt da an was fliehen wir jetzt da an mit angegriffen ja das ist jetzt liegt doch schon mal los oh boah einer ist geschockt die anderen an drücken ich sag es nur wo ist eigentlich hier die 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 ver in der Nähe im Landschiff nur noch mit Antrieb ich glaube ich hab jetzt den Rechen gefunden ja also wir können es ja wirklich noch schaffen schon sind nicht gerade hoch aber nicht sagen dass sie möglich ist verstanden die die wir sind gleich da bereit für eure Befehle starten wir gehen in Angriff in die Ritter sollte nicht sie sich jetzt zurückziehen aber also zu der Station hin die ich hier vielleicht nochmal einnehmen ich habe die beste Regel und alle Zuschauer schreibt es in die Kommentare was wir machen sollen ob wir jetzt noch ein schwerer also mit 3 ich bin mit 4 3? ich bin mit 4 ich bin mit 3 Leuten oder wir fangen am Boden an schreibt es einfach mal in die Kommentare rein und wir werden hier gut hast du und jetzt ein gutes Schiff nein ich mach die ganze Zeit hier Bomber um hier mal um um aber weil die sind gerade irgendwie alle abgezogen oder so in der Art zum abziehen ok dann los du weißt schon dass da ganz viele Grüne vor unserer Station sind ne auch wo das 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 dass du hinschicken kannst Nein, wir Peche haben, bauen jetzt von unserer eigenen Schütze im Türme auf das wäre irgendwie schreißig Ja, ich brauche, ich brauche doch den Wickel in den Frags zu nehmen mit Ihnen ich bin verfügbar also ich könnte jetzt die zwei Sachen hier oben wieder auf, einnehmen ich muss hier mehr Geld wieder Treffen wir nicht, oder was ist das? Ja, die ziehen sich jetzt alle zurück, da zu der Station wir könnten das jetzt echt schaffen die Schilder halten das nicht aus Battlecam das hat wieder ja, mein blauer Typ, das ist jetzt auch trotzdem Bankstrahl aktiv ah, komm, 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 komm aus dem Bild Generator ja das ist jetzt hier ich hab' mich gemacht ja 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 ja, gut ja, gut ja, nicht schon Stufe 5 ne, Stufe 4 oder? haben wir 3? ne, wir haben auch Stufe 4 ne so ich hab' jetzt wieder mehr Geld oder ne 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 jetzt nie ne ne v löst der empowerment und das ist das ist das ist das ist das hinschicken kannst nein ich habe dann auch wieder einfach irgendwas hin ja habe ich auch da nicht viel aber ja ich will was zum schicken kann und es dauert so ein bisschen ja okay es reicht nicht also ich fange jetzt an den blauen Tüten wieder zu machen